Nein! Jawoll! Yeah! Alter, was geht? Einen wunderschönen guten Tag! Hier ist wieder lustige Nordhälse für euch und was sehen wir heute? Chatroulette! Jawoll! Und? Hörst du mich überhaupt? Hörst du mich? Was geht denn ab? Ich höre dich auch ein bisschen. Moin! Wollen wir mal spiel spielen oder was? Was hast du denn vor Augen hier, Alter? Kontaktlinse? Wie sau! Das kannst du ja schön malen! Sieht ja so blau aus bei dir! Was geht denn ab, ey? Chatroulette! Hey, noch hier! YouTube, meine Freunde! Ich seh ja zwei! Ihr seid ja zwei! Zwillinge? Seid ihr Zwillinge? Seid ihr... Nein, sie sind nur Kollegen! Schau mal vor! Der wäre ja Zwillinge gewesen! Ja, jetzt seid ihr Zwillinge! Hä? Ich seh besser aus! Honey und Nanny! Ne, doch nicht! Äh, hier! Was ist denn los bei euch? Was gibt's bei dir? Ja, ich mache hier gerade ein kleines Video in YouTube! Ich sag doch! Ja, wo hast du? Ja, ich weiß nicht! Musst du mal gucken! Ich weiß nicht genau! Ich zähle die nie! Frag deinen Namen! Hennor! Hennor! Steht doch da! Ganz groß! Gibt's denn nicht ne Biographie über mich? Nee, da steht da nicht drin! Ach so! Ey, ich hab auch YouTube! Ja, und du hast auch so viele Abonnenten! Ne, ich hab nur 340! Ja, das reicht doch! Ja, guck! Achtung! Mein Name wird jetzt geschrieben! Was? Was ist denn NK? Das ist ein Clan! Oh! Oh! Call of Duty! Da ist der Commander Krieger! Der spielt das ja jeden Tag! Ja! Den kennst du, oder? Kannst ja mal ein Abo da lassen! Ja, kannst du mich aber auch! Wenn du mich abonnierst, dann soll ich dich auch abonnieren! Was? Hast du mich abonniert, mein Freund? Du kennst mich doch gar nicht! Ja, aber ich guck's mir dann später an, die Videos vielleicht! Muss ich mich jetzt so umbenennen oder was? So hier! So umbenennen! Hennor an YouTube! Jeder weiß, dass ich hennor an YouTube bin oder was! So! Wie das hier? So! Ja! So! Ja, also ich... Was? Sind wir im Video? Ja, willst du... Hast du synchron gesprungen? Sag's mal zusammen! Sind wir im Video? Zusammen! Eins? Sind wir im Video? Jawohl! Jawohl, meine Freunde! Ihr seid im Video! Jetzt dabei! Nice! Ja? Dann müssen wir mich... Dann müssen wir... Ihr seid ja doppelt packen! Ihr müsst mich ja doppelt abonnieren! NK-Unter-Strich-Waves abonnieren! NK-Unter-Strich-Waves! Dürfen wir das Video beenden? Kannst du am Ende reinpacken und wir sagen halt so tschüss so? NK-Unter-Strich-Waves abonnieren! NK-Unter-Strich-Waves! NK-Unter-Strich-Waves! Frosch-Fotzen-Mutierendes-Grünes-Wesen! Ne, 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 so ist das falsch! Frosch-Fotzen-Grünes-Mutierendes-Wesen! 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 Ja, siehste! Er hat's geschafft! Er darf anfangen! Anfangen! Endklapp! Achso! Achso! Frosch-Fotzen-Grünes-Mutierendes-Wesen ist jetzt raus und bis zum nächsten Mal! Jawohl! Und wir besuchen alle mal zusammen NK-Unter-Strich-Waves, oder? Nice! Genau so, Alter! So machen wir's! Mit der Ende! Moin! Ey! Bist du YouTuber, ne? Ja, warum siehst du aus, oder was? Ja, natürlich! Sofort! Warum seh ich nach... Wenn ich jetzt beispielsweise das hier machen würde, dann würdest du sagen, ey, bist YouTuber, oder was? Ja, das... Irgendwie so gleich mit so nem fetten Headset und dann... Ja, ich hab... Ich höre schlecht! Ich brauche was großes auf den Ohren! Ja, aber das Mikro... Das war eben... Ja... 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 Ich bin YouTuber, ja? Kann man sagen... Ich bin der Henner on YouTube, ja? Echt? Wie viele Abonnenten? Musste gucken! Wie heißt du? Wie... Wie ich da... Wie denn... Du oder ich? Ja, so heiße ich! Henner, Halbach! Henner! Ich sag's mal nach! Ja... Äh... Geht das dir nach Abonnenten? Ich hab glaube ich... Weiß nicht... Wie hab ich denn... So 10? Äh... 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 Ein Kumpel von mir... Also mein bisschen Freund... Der hat... Fasch genauso viel... So 1000... So 1000... Mach der Chat-Tonette-Videos? Ja? Mach der ein Kumpel Chat-Tonette-Videos? Äh... So Gaming... Ja, ich auch... Aber auch... Ich mach auch... Ich nehm grad auf, ne? Kannst du ihn grüßen, wenn du willst? Ehh... Ja... Ja... Kannst du mich abonnieren? Kannst du mich abonnieren? Warum nicht, ne? Mal einen mehr? Warum nicht, ne? Ja... Ich mach's gerade... Ja... Warte... Und... Ich bin drauf! Ja... Hast du mich abonniert? Ja... Ey, geil, Mann! Oh mein Gott! Ich bin der Führer! Hier ist mein Nummer! Just call me, maybe! Oh! Ja, da müsst ihr mal ein bisschen hier... Müsst ihr mal hochkommen! Müsst ihr mal ein bisschen jetzt weitergucken! Gucken! Vielleicht findet ihr irgendwelche... Andere Leute, die nicht angezogen... Äh... Die angezogen sind, mein ich! Nach was suchst du eigentlich? Ich suche nach äh... Nach lustigen Nerds! Nach Kindern! Also so wie wir! Naja... Gut, ich weiß ja nicht! Dann müsst ihr mich jetzt wegmachen... Und müsste da ne geile Blondine hier unten reinsetzen... Die sich aussieht... Dann... Wird manche... Jungs spitz! Zwölf Jahre... Ich kenn' ich! Taa! Der Bodybuilder! Weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin noch? Ja, Digga! Ich kenn' dich noch! Ja, du bist immer noch zwölf Jahre! Willst du ne geile... Willst du ne geile Frau rein... Ne geile Frau hier abspielen bei Manicam? Du musst nur das Wörterzeichen wegmachen! Ich kenn' mich da wieder aus! Ich kenn' mich da wieder aus! Ich kenn' mich da wieder aus! Oh, alles klar! Ich bin Hanno YouTube! Ich bin Hanno YouTube! Ja! Ja! Nimm' grad auf! Wir sind grüßen! Äh, schick' mal deinen Kanal! Ja, Hanno! Hanno! Hanno YouTube! Hanno! Hanno YouTube! Hanno! 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 Den lustige Nordhesse! Hanno! 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 Hanno- was machst du denn da? Sondern! Autocross-videos! Was geht' denn ab bei dir mein Freund hier? Seit drei Jahren! Ja, ich mach seit zwei Grenzgänger. Da war ich doch eben auch bei einem drinnen hier. Hey, wie können wir, zockst du auch Games näher? Ja. Wie können wir zusammen zocken? Was zock ich? Jetzt zock bitte nicht Minecraft. Nur Story gerade, aber sonst Rocket League. Okay. Alter, wir hatten dann halbe Millionen fast Abonnenten, Alter. Das kann echt nicht wahr sein. Was geht denn mit dir? Ich hab mir leider zurzeit was verschnupft. Ja, das ist toll. Ich fang hier an mit 1500, das ist ja gar nichts. Hi Babys! Zwei Frauen hier! Zwei Frauen in Chatelette! Seit zwei Stunden hab ich noch nie eine Frau gesehen hier. Ja, das hab ich auch nur so vertraut. Ach so, hast du mich jetzt mal gesehen? Ja, jetzt hast du mich mal gesehen, siehste? Schön! Wie geht's euch denn da hinten so, ihr beide? Macht ihr euch zusammen Chatelette? Doch, Langeweile, ne? Aber hier, 15 Jahre, ihr beide? Seid ihr zusammen 15 oder was? Ne, eine. Nein! Nein! Jawoll! Yeah! Alter, was geht? Hier ist der Henner, mein Freund. Was machst du hier gerade? Er wär gern eine Frau. Ja? Ja, da musst du Backsteine nehmen und dann... Ja, aber er will endlich mal ein normaler. Er will, er will noch warten. Er will noch warten? Er will noch warten, er will mit seinen Eltern nicht sagen. Er will es erst machen, wenn er... Bist du bei YouTube? Ja! Echt? Nimm es gerade auf? Ja! Cool! Wie heißt du? Darf ich das verwenden, dein Videomaterial? Ja, lass. Das ist eigentlich egal. Aber man sieht mein Zimmer im Hintergrund. Ja, mein Zimmer ist aufgeräumt. Ja, lass, lass! Ja, mach! Henner! Weißt du, du heißt Henner? Ja? Ja? Er ist auch YouTuber, er heißt Sono. Cool. Ja, Dodo. Ach, Dodo. Also, wie bei GDA, der Hupen, der Flieger, Dodo. Der heißt Dodo. Wer ist auf YouTube? Henner! Also, cool, und wie läuft's? Oh, es geht so, ne? Ich hab ein paar Abonnenten. Wie viele? Aber keine Ahnung, musst du mal gucken. So 1.000? Ja, über 1.000. Cool. Ah, das ist cool. Ja. Ja. Ansonsten würde ich das Videomaterial nicht verwenden. Er ist endlich mal irgend so ein normaler. Ja, ich bin doch ein Rentner, ne? Nein, ich bin 35. Nicht 36. Doch, ich bin 36. Ich bin ich geworden im Oktober. Ja, warum? Ja, weil's bei dir schon dort steht. Ich weiß, ich weiß. Alter, sag! Alter, das hast du gut gelesen. Gut abgelesen mit der Brille. Ja. Ja. Hab mir jetzt erst letztens gegönnt. Ja, von Fühlmann. Ja. Hab ich schon gesagt. Wow. Da ist einer. Da ist einer. Eine Experte. Nee, ich nicht. Ich hab keine Brille. Ich hab nur keine Haare. Aber deine Freundin. Aber deine Freundin, ne? Ja. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Ey, was ist einmal zu tun, Alter? Was macht ihr denn da bei euch in der Bude? Also, das ist... Bescheid uns, Paul. Das ist ein Flüchtling. Ach, ein Flüchtling. Ne, meinst du auch. Okay, das ist nicht schlecht. Aber er ist ein bisschen komisch drauf. Aber er versteht kein deutsches. Ja, und wann legst du es drauf? Na, und nachher dann ist hoch. Na, ja. Na, ja. Okay. Dann musst du mich aber abonnieren, sonst kriegst du das nicht mit, wenn ich es hochlade. Ja, okay. Warte. Abonnieren mal. Das ist auch cool. Endlich mal einen YouTuber. Hast du noch nie einen gesehen, oder was? Alter, was ist denn das für ein Typ, Alter? Gib dem Affen Zucker. Er ist neugierig auf YouTube. Ja, YouTube. 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 Ja, YouTube. Ja, YouTube. Alter. Sau cool. Quietschehändchen. Ja. Ja. Cool. Warte. Der lustige Nordhesse. Ey, ne, Mann. Du bist das wirklich. Ja, klar bin ich das, Mann. Ja, klar bin ich das, Mann. Nein. Soll ich schon machen? Soll ich schon machen? 1.544, Digga. Sau geil, Digga. Ja. Du wirst berühmt noch mit deinem, mit deinem Freund, Freunden. Cool. Gib dem Affen Zucker. Ey, Sammy komm mal her und zeig dich auch. Was seid denn ihr? Seid ihr so Kumpels oder was? Oder seid ihr Brüder? Ne, Brüder könnt ihr nicht sein. Was? Ja. Da seid ihr Kumpels. Ihr könnt ja mal singen, zusammen was singen. Singt mal was zusammen. Ja, also, er kommt vom anderen Vater, er kommt vom anderen Vater, ich komme vom anderen Vater. Und da auch noch unser mittlerer Bruder, der Türke, hier. Alles warme Brüder, oder? Der musste nach Hause, ja. Ihr macht eine WG habt ihr, oder? Ja. Ey, mit euch hab ich Spaß hier, ich merk's. Ja. Gut, wie läuft's? Ja, ich bin zufrieden, ne? Hast du dein Zimmer aufgeräumt da hinten? Wie läuft's eigentlich? Ich seh bis jetzt immer nur Männer auf Betten liegen. Jetzt seh ich mal Leute in der Wohnung wieder im Zimmer sitzen. Hier, guck mal hier, guck mal hier, guck mal, das ist cool, das ist cool, oder? Das ist cool, oder? Ja, hier ist ein Mikrofon anscheinend. Auch, auch, ja. So, weißt du, wir machen jetzt, wir machen jetzt zum Abschluss, zum Abschluss machen wir ein Spiel. Okay. Okay. Nein. Okay. Tic-Tac-Toe, weil ihr ja so tic seid, ihr fangt an. Okay. Äh, wir haben hier gerade keine Maus, weil die ist auf dem Schreibtisch und wir sind gerade auf dem Stuhl. Da musst du mal einfangen, die Maus. Mach, mach. Warte mal. Tic-Tac-Toe kennt ihr euch, oder? Kennt ihr, oder? Ja, tic. Ja. Ja, macht ja, ja. Ja, ihr habt ja drei Gehirne hier. Okay. Nur zwei, nein. Nein, nein, der macht ja. Der rechts neben dir, der links neben dir ist das Gehirn, ne? Ja. Da, schnell, dahin, 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 dahin. Oh, wir haben gewonnen. Nein, dahin, 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 dahin. Ja, 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 ich hab ein bisschen... Amanda! Was machst du denn da? Okay, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen, mein Freund, ihr habt gewonnen. Ja! Wir sind Profi. Wieso geht das nicht? Ich sag dir, ich bin jetzt drei bis vier Stunden am Tag, mindestens. Ja, das ist gut. In der Schule, in der Schule kann man nichts anderes machen. Ja? Ach, nur Tic-Tac-Zo spielen. Ja. Ihr müsst ja, ihr müsst ja mal lernen in der Schule. Ja, das ist interessant. Im Gymnasium jetzt nicht. Der ist halt, der, der, unser, also, Tic-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac-Tac. Der, ähm... Hörst du irgendwie? Ja, könnt ihr euren Namen tanzen? Der ist genauso in der Schule wie hier. Und das ist schraubend. Es ist traurig. Ja. Aber euren Namen tanzen könnt ihr, ne? Kein so. Was? Kannst du euren Namen tanzen, kannst du aber deinen Namen tanzen? Nee, das ist zu Waldorfschule. Nee, echt zu Waldorfschule. Wir sind schon höher. Wir waren alle auf Gymnasium gegangen und dann sind wir abgegangen. 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 Ihr seid abgegangen wie ein Zäpfchen. Ja. Na. Noch krasser. Noch krasser. Abgegangen wie ein Panzer. Okay. Dann muss ich mal das, ich muss das Video mal beenden langsam. Ich hab hier drei Stunden aufgenommen. Dauert schon zu lange. Hier kommt rein, hier kommt rein, mein Freund. Ciao. Ja, hoff ich dann. Ciao. Ja, ciao.